Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im RE29 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Coburg, Bamberg und Forchheim. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ja, aber ich muss jetzt loslegen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bitte beachten Sie, aufgrund eingeschränkter Bahnsteiglänge ist ein Ausstieg aus der letzten Tür leider nicht möglich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. 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 Ach ja, stimmt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR